ARD Text im Auftrag von Funk Was willst du tun? Willst du es ihm sagen? Ich kann doch nicht zu Joe gehen und ihm das Herz rausreißen und da drauf rumtrampeln. Und dann hast du so einen Marcel, mit dem du einmal ins Bett gehst und der dich dann einfach so sitzen lässt. Ich würde ins Bett gehst. Joe! 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 Hast du so nicht mehr alle? Und du willst mein Vater sein? Du willst mein Vorbild sein? Ich will dich nie wiedersehen! Anna, bitte! Nein, du bist nicht mein Vater! Nein! Das ist geil! Schlager? Ja. Du hast Schlager? Ja, ich weiß. Das ist so peinlich. Es ist geil! Wahnsinn! Sie ist Single, sie ist Schlager-Fan. Das hört sich doch nach einer Frau an, die einfach nur für mich gemacht ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie heute rumkriegen werde. Mit einem Einweihungsgeschenk der Extraklasse. Hey, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Carlos und Kiki beide im Bett da rumknutschen? Hallo? Ey, Carlos gehört mir! Mann, wo ist die da? Scheiße, Mann! Wo ist die Karre? Ich kann's mir doch auch nicht erklären. Ey, Ole, Alter, wie kriegst du... Wie kannst du nicht mehr... Wie kann man ein Auto verlieren, Junge? Boah, die Situation hier in der WG ist einfach nur noch zum Kotzen. Alle streiten sich. Es ist nur noch schlechte Stimmung. Du gibst mir einen Arsch mit dem anderen, ich kann nichts gibst und ich bin ein Hau einer Chance, mich dir gegenüber zu erklären. Nichts! Mach deinen Scheiß dahin! Sei schon länger alleine! Und wenn ich damit untergehe! Schroo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017